Hey Freunde, willkommen zur zweiten Vorfräule-Tour. Wir haben heute wieder eine kleine bunte Mischung, klein aber fein, wie ich finde. Wir fangen mal an. Wir haben zwei verschiedene B-Böller-Varianten, einmal von Funke, einmal von Catan. Die befinden sich hier. Dann haben wir den blauen Berber von Funke, wir haben einen Single-Beltz-Quackling, wir haben eine Funken-Quacker-Fontäne von Funke natürlich, wir haben die Zombie-1 von Pyro-Trade, wir haben die King-Broody von Volksfeierwerk, die Veronika von Argento, den Queen-of-Welding-Vulkan von Pyroland und wir haben die Ignis-Raketen, ja, auch von Pyroland. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Vorfräule-Tour Nummer 2, wir gehen gleich raus zur Zündung. Funke, ja, China Buller B in der P1-Variante. Oh, schon ordentlich laut die Teile. Ich vermisse nur so ein bisschen, dass ich schnipsel. Ah, jetzt, ja. Ja, und der letzte B. Ja, hier fallen mir jetzt nicht so. Ich kann euch auch mal zeigen, warum. Also, die platzen halt mir auf. Ich meine, laut sind sie trotzdem, das steht außer Frage. Aber dieser schöne Konfetti-Effekt, sage ich immer dazu, der fehlt halt leider. So, wenn wir denn schon mal bei B-Bündern sind, hier die, ja, Katan B. In F2. Schauen wir mal, ob die mithalten können, aber denke ich mal eher nicht vom Knall. Dadurch, dass das ja jetzt F2 ist. Boah. Ging ziemlich schnell. Also, schnipseln tun sie auch nicht. Kommt, Knall her. Na ja. Ein B-Bünder halt. Ja, würde ich sagen, war es das mit dem B von Katan. So, wie versprochen, der blaue Berber. Der blaue Berber. Sehr guter Knall. Ja. Also, die kann sich echt sehen lassen, die Teile. Für 6 Euro. Top. Top. Fein haben die auch einen schönen Klang, also nicht so penetrant. Also, etwas heller der Knall an sich. Also, ich muss sagen, die Teile mag ich. Hier jetzt der letzte für euch. 1,5 Gramm. Ja. Also, ich war zu mir wiederkommen. Der Funke Quäcker von Funke. Das ist ein bisschen lauter. Ja. Jetzt der Queen auf Rowing. Ach, ihr haut jetzt nach da ab. Das war auch schön. Ja, besser ist es. Ein più ... Ich war echt gut. Ja, ich bin ... Ja, ich bin ... Ja. Ja. Ja ... Ja. 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 Ja, ja. Ja, dann machen wir mal ein bisschen was Queckling-mäßiges mit dem Single-Bell. Heute Abend ist mein Rücken wohl noch kaputt. Schönes Teil. Jetzt kommt King Brody. Für so eine kleine Batterie, topi-tipi. Zur zweiten Vorfreude jetzt die Zombie 1. Zombie 1. Die hat doch mal geschabot. So, jetzt die Ignis-Raketen. Einfach frei weg. Farbe ist egal. Hauptsache, triffst keine andere. Oh, wie geht die denn? Kommen wir da zurück? Wie schön. Kommen wir da zurück? So, die nächste aus dem Ignis. Eieiei. Schön sind sie. Ja, ist doch schön. Solange es nicht auf der Straße brennt. Oh. Eieiei. Haben wir noch eine? Eie haben wir noch. Die letzte. das sind nicht eigentlich einbahnstraße jetzt kommt die veronika für die vorfreude hier 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 Was ist das? Was ist das? Schau dich. Was in the other side of innovation, no apologies, my baby.